so freunde jetzt kommt das video von meinem webkampf und ich muss doch mal sagen dass mich jemand koffer die ich vergessen habe und zweitens immer so im po nächsten wettkampf 23 kg ein bisschen leichter dafür dass der rücken dann mehr frei ist aber von der breite des rückens sind wir eigentlich die top drei eigentlich gleich gewesen ich war direkt auf platz 3 platziert ja schon am besten das video an also die einzige kritik die von der judge bekommen habe ist dass ich ein bisschen trockener im rücken sein sollte aber ich muss auch sagen das licht dort war auch nicht gut also ich werde das video sehen das licht war nicht gut dass das video haben die aufgenommen habe ich dann bekommen und ja ich wünsche euch jetzt viel spaß mit dem video schreibt gerne kommentare rein was sie davon haltet und ja peace out aus Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.